Hallo, seien Sie gegrüßt. Im Video über die Gelingensbedingungen des Inverted Classrooms hatte ich ja ein integratives digitales Lehrformat vorgestellt, das mit einem komplexen Arsenal digitaler Elemente und Szenarien für die Vermittlung der Inhalte sorgt und im Anschluss daran eine hochgradig interaktive Präsenzphase zur Inhaltsvertiefung vorsieht. Dieses Inverted Classroom Modell funktioniert nach unserer Erfahrung aber nur, wenn die ebenfalls in dem Video erläuterten Bedingungen eingehalten werden. Hier sind Sie nochmal. Doch wie reagieren unsere Studierenden auf dieses Modell? Und wie können wir feststellen, ob der Inverted Classroom funktioniert? Um das zu ermitteln, stellen wir seit Jahren unsere Kurse auf den Prüfstand. Wie hier beim Erstsemesterkurs Linguistics and Phonetics, einem Kurs mit 85 Teilnehmern, der übrigens vierstündig jeweils donnerstags ab 8 Uhr morgens stattfand, können uns eine Reihe von Messparametern über unsere Fragen Aufschluss geben. So können wir die Zugriffe auf die jeweils im Fokus stehende Lerneinheit ermitteln. Also für jeden Lerner die genaue Anzahl der Zugriffe und die jeweiligen Zugriffszeiten. Wir nennen das die Just-in-Time-Zugriffe, die allerdings nichts über die Qualität und Lerntiefe aussagen. Mit dem Just-in-Time-Mastery-Level kann der prozentuale Wert für alle formativen Tests, die vor der Präsenzphase erfolgreich bestanden wurden, erhoben werden. Je höher dieser Wert, desto besser, so kann man annehmen, sind die Studierenden auf die Präsenzphase vorbereitet. Tja, und die Anwesenheit protokollieren wir per Unterschrift, auch wenn es keine Anwesenheitspflicht gibt. Unsere Studierenden wissen das. Und hier sind die Ergebnisse, die über ein Semester hinweg jeweils Donnerstagmorgens vor 7 Uhr, also vor Beginn der jeweiligen Präsenzphase, erhoben wurden. So haben durchschnittlich 77% der Kursteilnehmer die Online-Komponenten der 13 Lerneinheiten, also die digitalen Elemente für die Inhaltsvermittlung, besucht. Ob sie dabei gelernt haben, wir wissen es nicht. In isolierten Laborsituationen könnten wir zwar mit unseren Eye-Trackern etwas mehr dazu sagen, aber die ganze Situation wäre dann unnatürlich. Der Just-in-Time-Mastery-Level, also der Wert für die bestandenen formativen Tests, liegt bei 66%. Mit anderen Worten, 66%, das sind 56 Kursteilnehmer, und die hatten den Wissenstest vor der Präsenzphase bestanden. Ja, und die durchschnittliche Präsenzteilnahme lag bei 69%, wie gesagt, ohne Präsenzpflicht. Vergleicht man Mastery-Level und Präsenzteilnahme, waren rein rechnerisch nur drei der durchschnittlich 59 anwesenden Studierenden unvorbereitet. Ein hervorragender Wert. Sie fragen sich wahrscheinlich, warum in den Lerneinheiten 6, 9 und 10 die Werte zum Teil niedriger sind. Die Erklärung ist einfach. Präsenzphase 9 und 10 lagen direkt vor bzw. nach den Weihnachtsferien. Und da waren die Studierenden aus Gründen, die ich als Lernbegleiter zwar nicht unbedingt schätze, aus privaten Gründen aber gut verstehen kann, wohl weniger an einer Präsenzteilnahme interessiert. Und wenn man nicht an der Präsenzphase teilnimmt, dann kann man die digitalen Aktivitäten ja wohl auch mal verschieben. So ticken unsere Studierenden offenbar. Tja, und Lerneinheit 6, das war die schwierigste im Kurs. Da wollten wohl die Studierenden erst einmal die Musterlösungen abwarten. Noch eine Abschlussbemerkung. Die gesamte Lernkurve flacht zum Kursende hin deutlich ab. Ganz im Gegensatz zum normalen Studierverhalten. Unsere Interpretation? Die Studierenden, die ja ohnehin permanent Zugang zu allen Lerneinheiten und allen Kursmaterialien haben, sie sind bereit für die Abschlussklausur und da müssen sie nicht mehr so intensiv tätig werden. Tja, und die Klausur selbst? Sie ist eine elektronische Klausur, die primär fachbezogene Kompetenzen erfordert und auf direkten Weg kein Wissen mehr abprüft und deshalb ganz konsequenterweise auch die Internetnutzung erlaubt. Und hier zeigen die Ergebnisse ganz klar, je mehr Kursaktivitäten, desto besser die Klausurergebnisse. Bulimie lernen, wie noch bei unseren alten Multiple-Choice-Tests, nützt hier überhaupt nichts mehr. Lassen Sie mich abschließend einige unserer Maßnahmen zeigen, mit denen diese Ergebnisse zustande gekommen sind. Neben unserem Inverted Classroom Manifesto, mit denen wir den Studierenden bereits vor Studienbeginn unser Lehrkonzept vorstellen und begründen und einer Auftakt-Mail, in der auf die Notwendigkeit der Vorbereitung vor den Präsenzphasen hingewiesen wird, haben wir außerdem unsere digitalen Class Preliminaries, in denen videogestützt vorgeschlagen wird, wie man in diesem Setting lernen kann. Und neben dem Hinweis auf die Klausurstatistiken und dem Zusammenhang zwischen Kursaktivitäten und Klausurerfolg, haben wir neuerdings noch die formativen Kompetenzeinschätzungen, in denen wir unsere Studierenden regelmäßig fragen, wonach ihrer eigenen Einschätzung ihre Stärken und Schwächen liegen und die Präsenzphase dann entsprechend ausrichten. Gestatten Sie mir noch eine Abschlussbemerkung zum Inverted Classroom selbst. Noch nie in meiner mehr als 30-jährigen Lehrtätigkeit konnte ich dermaßen große soziale Aktivitäten ausmachen. Und ich meine nicht die digitalen sozialen Netzwerke, die auch eine große Rolle spielen. Nein, ich meine den Austausch und die Zusammenarbeit. Wie die Umfrageergebnisse in dieser Lehrveranstaltung hier zeigen, sind Kollaboration, Diskussion und der Austausch mit dem Lernbegleiter feste Bestandteile eines Inverted Classroom-Formats. Die Mehr von den geringer werdenden sozialen Kontakten in digitalen Lehrformaten stimmt einfach nicht. Und wer es nicht glaubt, den lade ich jederzeit in meine Kurse ein. Kommen Sie einfach vorbei, auch ohne Ankündigung. Ich freue mich auf Sie und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.